Musik Zeit für unseren nächsten Praxis-Informationstipp, unsere Schiffsmappe. Die Schiffsmappe aufgebaut, wie auch in Ihrem Kunden-Login, vorher einsehbar, was das Schiff alles hergibt. Aufgeschlagen die erste Seite, das Datenblatt des Schiffes. Länge, Breite, Höhe, Maschine, Warmwasser, Segelfläche, Rufzeichen, alles auf einen Blick. Wenn Sie bereits unseren Kunden-Login besucht haben, kommen Ihnen die folgenden Seiten nicht unbekannt vor. Ventilplan, jedes einzelne Ventil einmal genannt, beschrieben und auch fotografiert für Sie. Sie finden es auf jeden Fall. Den Stauplan, den Sie vor der Bootsmann-Übergabe einmal von außen durchgehen. Auf der nächsten Seite finden Sie den Stauplan von innen. Auf den folgenden Seiten finden Sie die Anleitungen und Kurzbedienungsanleitungen für die technischen Geräte, die sich an Bord befinden. Einen Reiter weiter finden wir die wichtigen Dokumente. Sollten Sie in eine Kontrolle kommen oder auch am Hafen einmal das Bootszeugnis brauchen, einmal aufgeschlagen auf der ersten Seite, wichtige Dokumente, das Bootszeugnis. Prüfberichte, Bundesnetzagentur, Zuteilungsurkunde, Gasprüfung, alles schön zusammengefasst. Sollte es während Ihrer Reise zu einem Schaden kommen, finden Sie auf der letzten Seite unserer Bootsmappe die Schadenanzeige für Kasko-Schäden und für Haftpflichtschäden. Einfach kurz mit dem Geschädigten bzw. Schädiger ausfüllen und uns zukommen lassen. Sollten Sie einmal nicht weiter wissen, finden Sie auf der ersten Seite unsere Notrufnummern. Wir sind jederzeit für Sie zu erreichen.